Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu Red Dead Redemption 2. So. Dutch will es etwas gemütlicher haben. Wir haben gar nicht so viel, ehrlich gesagt. Was können wir denn auffüllen? Rufmesser, Flinten, Gewehrmunition. Boah, das wäre geil. Dann hätten wir mal nur noch 5 Dollar in der Kasse. Machen wir aber. Warum kann sich das nicht so aufbauen? Puh, Verbesserung. Cool, bei Wurfmesser, alles Zeug kann ich gebrauchen. Nächste Stufe könnte Diorna mit Meat sein, Brandsätze, Hochgeschwindigkeit. Das ist mega. Jetzt sind wir im gelben Bereich. Ich weiß nicht, was das heißt. Ist gelb gut? Gelb heißt wohl, wir haben was verfügbar? Keine Ahnung. Ich will noch eine Essensspende machen. Ich esse sowieso nichts. Ich penne nur. Aber nimmt der ab, wenn wir zu wenig essen? Kann sein. Ich weiß es nicht. Aber wir gehen mal eine Spende machen. Scheiße, ich wollte bei euch spenden. Wenn ich wüsste, wo ich die herkriege, dann würde ich sogar welche besorgen. So, mehr habe ich nicht. Wo ist mein ganzes großes Fleisch hin? Hier. Boom, 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 boom. Wenn sie alles haben. Kann alles weg. Wir haben eine gute Tat vollbracht. Das ist mega. Ich balle natürlich mein Geld. Mach nix. Und ich schaue mir mal die Munition an. Mit ein paar Wurfmesser können wir auffüllen. Da, Wurfmesser. Messer. Und Pfeil haben wir auch. Alles normal, normal, normal. Nichts Spezielles. Mach ein bisschen was mit. So, Flinten-Munition haben wir hier unten auch. Wenn er die mal aufhebt. Okay. Gut. Soll das mal reichen. Wir werden es nach und nach verbessern. Boah, ärgert mich das mit dem Pferd. Das ärgert mich so dermaßen, ey. Man kümmert sich so ein bisschen. Man guckt, dass es upgradet wird. Und dann rennen, rennen, rennen. Und dann auf einmal, ja. Mach mal ein bisschen doofes Scheiß und dann ist es tot. Wenn wir jetzt aber den Zug ausrauben, kommen wir eigentlich mal zu richtig Kohle. Und dann kaufe ich mir ein neues Pferdchen. Weiß nicht, ob es besser ist, bei einem zu bleiben, weil man baut ja diese gewisse Verbindung zu dem Pferd auf. Oh, wir haben sogar eine Mission da, aber ich möchte doch erst den Zug ausrauben, um zu mehr Kohle kommen. Schau mal, wo das ist. Wir können ja was klauen für John. Ah ja, zum Hehler wollte ich ja auch. So viel zu tun. Trapper. Was zum Teufel war ein Trapper? Mal vergessen gerade. Strawberry können wir nicht zurück, aber die Stadt ist wieder offen. Aber ich werde da gesucht. Das ist eine Aufführung, da waren wir auch nicht. Hier können wir das klauen, das ist gut. Öl waren zwei Stück. Ah, wo war dieser Hehler? War der hier? Ja. Komm, Tennessee Walker. Du wirst meinen Rushen nie ersetzen. Oh, weil ich abkürzen will und dann war da auch noch eine Klippe. Ah, es musste irgendwann passieren, weil ich war schon ziemlich oft an der Klippe. Ja, Red Dead Redemption ist tragisch. Sehr tragisch. Kannst du mal nur wieder sagen, gleichmäßig zu drücken bringt so viel. Halt. Können ja noch eine Kutsche zu dem mitnehmen. Gutsch die Identität verbergen, ne? Ah, ein Tomahawk, den werfe ich. Wenn ich den werfen kann. Schauen wir mal. Ah, bin ich doof. Äh. Große Maske? Oder nur ein Halstuch? Nice. Noch besser. So. Will ich den wirklich killen, das ist die Frage. Mach mal Hände hoch. Dann schauen wir mal. So. Nein, der will schießen. Was ist mit dem? Oh-oh. Stehen bleiben. Okay. Dann komm mal mit. La-da-da-da-da. Wir machen nur Scheiße. Mach ich die Gas? Ehrlich mal. So, ich lass dich mal wieder frei. Kannst du aufstehen. Nein! Wann hab ich gehört mit den Pferden? Kann doch nicht wahr sein. Ach, Mann, ey. Jetzt die Kutsche hier weg. So ein Arsch, ey. Da stellt er sich vor die Kutsche, ey. Kann ich mein Pferd irgendwie einspannen? So eine Miss-Scheiße. Ich lass das noch. Das lass ich noch. Und dann den Hut. Man erlebt immer was. Was ist so gut? Ey, ich werf den Tomahawk ab. Ja, das Pferd geht auch noch mit drauf. Upsi. Das ist noch eine Kutsche. So, die wird Ersatz bringen. Ah, Wurfmesser. Machen nur Scheiße gerade. Ich find's so witzig, ey. Der geht bestimmt petzen. Hui. Oh, das war daneben. Mal schießen. Boom. Oh, Mann. Da kommt noch eine Kutsche. Der da hinten hat kein Problem. Aber der hat ein Problem. Oh, guck dir den an. Nehme ich jetzt die Kutsche oder nehme ich seine Kutsche? Ich glaub, die ist mehr wert. Und da hinten ist auch noch was drauf. Der Kutschenstehler. Oh, ich hätte sogar auf den Wagen springen können. Ich glaub, der hat hinten eine Kiste drauf, die ich öffnen kann. Schauen wir mal. Ah. Oh, die werden bald ermitteln hier. So viel ist sicher. Ja, ey. Ich hoffe, die ist mehr wert. Ich weiß es nicht. Oh, wenn wir schon mal auf dem Weg sind, dann direkt mal verticken. Ich finde, das lohnt sich. Hm, klatsch. Klatsch. Boah, das sind wie unauffällig, ey. So, jetzt müssen wir gucken, ob ich das noch abliefern kann. Ja, hier. Ich hab' bestimmt 10 Dollar für. Nicht immer so wenig Kohle, irgendwie. Boah, 40 Dollar, nicht schlecht. Wieso zum Teufel kann ich nicht zu dem gehen? Jetzt. Ah, der musste wieder da sein. So, ich hab' ne Menge, die ich verkaufen will. Das hier. Kann ich nicht noch feilschen? Das wär' mega. Ein Goldnugget. Puh, kann an einem Heeler verkauft werden. Also, wenn nichts hergestellt werden kann, dann verticke ich alles. Geil, ey. So machen wir Kohle. Was für Herstellung ist, dann immer behalten. Oh, ja. Leute verlieren diese immer alle Zeit. Sehr schön. Es ist ein Schade, ich versuchte es, ich bete. Kann ich auch nicht mal aussprechen. Eine wertvolle Kette. Weg damit. Damit. Hm. Ich komme über ein paar von diesen selbst. Oh, ich bin doof. Die Bilder muss ich behalten. Ha, ha, ha. Können auch alle vertickt werden. Puh, was soll ich mit dem Feder, Alter? Weg damit. Kann ich mir irgendwas zurückholen? Nee. Egal. Find ich auch, find ich auch. Mal wieder an Kohle gekommen. Ey, ganze Scheiße mal vertickt, die wir da hatten. So, und jetzt, da wir so richtig schön auf dem Weg waren, holen wir uns den Ölwagen. Los geht's. Oh, wenn wir den Zug ausgeraubt haben. Haha. Dann sind wir wieder gut dabei. Ja. Ich werde die Leute verschonen im Zug. Natürlich die Angreifer erledigen, aber... Die Leute werde ich nicht killen, nur ausrauben. Das war 40 Dollar für so'n Wagen. Wenn wir eh zum Weg aufm Helas, also zum Helas sind, dann sofort mitnehmen. Lohnt sich voll. Da waren Blumen, die ich pflücken können. Egal. Oh, ist nicht ganz so viel Puste wie mein altes Pferd, hm? Nett. Das sieht immer cool aus. Das ist echt cool. Weil das wird bewacht, hm? Na, ich kann da aber einfach reinreiten. Ja, da wird's aber bewacht. Da wird's kritisch. Ich seh' mich mal oben. Ich glaub' das wird eh im Feuergefecht enden. Oh oh. Ich glaub' ich hör' da nen Zug. Die arbeiten nur. Alles cool, alles cool. Das sind schon witzige Sachen hier, ey. Okay. Darf hier nicht sein. Okay. Da wird auf mich geschossen. Was hab' ich denn jetzt gemacht? Ah ja. Ich hab' alle meine Waffen natürlich beim Pferd. Let's do this. Wow. Kann nicht wahr sein, ey. Gott verdammt. Wo kommen die denn alle her? Was ist los mit denen? Oh mein Gott, hier sind viele. Das schaff' ich nicht. Mein Pferd. Mein Pferd. Ich hab' doch die Waffen dran. Oder hab' ich gar keine Waffen mehr am Pferd, weil die auch bei meinem anderen Pferd waren. Das wär' natürlich irre bitter. Mein Gott, beruhig dich Pferd. Gott sei Dank hab' ich die Waffen noch. Haha. Gut, bringt zwar jetzt nichts mehr, aber... Oh, kommt ihr mir mal alle her, ey. Oh mein Gott. Wie viele Leute sind hier? Ja. Haha. Nee, ich glaub' ich sollte mich da reinschleichen. Da waren irgendwie 20 Leute gefühlt. Nix zu machen. Geht ja mal gar nicht. Ah, fuck. Ich hätte doch gerade dieses verdammt riesige Tuch, wenn ich... Verbrechen begehe. Wo ist denn das jetzt wieder hin? Zum Teufel soll ich da reinkommen? Ganz kurz auf die Karte schauen. Die sind relativ nah. Ah, da ist einer weg. Einer ist jetzt hier. Ah, ich hab' 45 Dollar Kopfgeld in Valentine. Toll. Wird immer besser. Geh ja weg von meinem Ölwahn. Das kann so einfach sein, aber ich mach's mir jedes Mal schwer. Reicht ihr, was ich mache? Bissi. Haha. Reicht schon, wenn ich ein Pferd ausknipse. Sehr schön. Mann, wir sind doch mal böse die letzte Zeit. Dann gehen wir das Ding mal ab. Auf geht's. Auf geht's. Na, wir werfen können dem Needen.